so ein herzliches willkommen auf meinem kanal lp al dente und heute zu einem kleinen special video es ist ein ganz kurzes video und zwar sind wir auf dem server crafted eu oder crafted deutsch sprecht aus wie ihr wollt das ist auch relativ egal auf jeden fall zu einem kleinen special video und zwar möchte ich ein bisschen sachen verlosen verschenken auf jeden fall kriegt ihr die kostenlos und wir gucken uns doch erstmal an ich sage nachher wie ihr die bekommt und dann sehen wir uns erstmal im inventar und was haben wir schönes und zwar ist das das gift all oder keine ahnung wie man das nennt event da hat man ein paar sachen bekommen und da ich in pvp der größte noob bin den ich kenne nützt mir das natürlich nicht ich würde es nur verlieren und da sage ich mir kommen tue ich was meine abonnenten bekommen die das und zwar fangen wir an ja mit was fangen wir an natürlich mit dem besten eigentlich diesen drei gold nuggs hier nein wir fangen an mit der rüstung das ist eine die rüstung mit protection 4 auf allen teilen ja mein kumpel hat gesagt das ist relativ gut dann haben wir hier ein all enchant diamantschwert das heißt alle verzauberungen die aufs schwert gehen sind level 1 verzaubert ich spiele das ganze gerade in der 1.8 darum kann ich nochmal schnell zeigen mein neuer skin seht ihr ist an den füßen und an den händen so ein bisschen raus das ist der neue skin auf jeden fall sieht man jetzt wie viel attack damage das macht mit den entsprechenden verzauberungen und zwar macht das hier 8,25 und diamantschwert macht nur mal 7 attack damage und dann habe ich das eisenschwert das ist fire aspect 1 und sharpness 5 und das macht glatt 12,25 attack damage so dann haben wir hier 9 golden apple das sind die op äpfel die sind verzaubert dann 5 bedrock falls ihr das haben wollt weil man kann ja im pvp auch bauen ein kuchen einfach weil der cool ist dann habe ich anderthalb stacks xp bottles also bottle of enchanting drei iron na gut hier drei gold dann habe ich zwei köpfe die könnt ihr ins wohnzimmer stellen wenn ihr wollt ein panzer ja das ist ein verzauberter kürbis mit thrones äh unendlich scheinbar dann einen witzigen block mit fire aspect 2 der macht lustige äh bewegung dann haben wir ein starter aus russien die braucht ihr nicht dann für place rods dann haben wir 63 ja tut mir leid dass die stacks jetzt nicht voll sind denn das ist ein bisschen verpackt mit den tränken und darum habe ich da ein bisschen was aussortiert wir haben 63 splash portion also stärke tränke noch mal stärke tränke healing ist das healing healing und äh das ist der match äh jo und das war es eigentlich auch mit dem gewinnspiel das video soll nicht allzu groß werden und dann würde ich sagen wenn ihr das haben wollt müsst ihr einfach nur einen kommentar schreiben mit ich möchte gewinnen oder ihr schreibt einen ingame namen rein am besten ihr schreibt so einen text ähm hallo ich bin der und der und ich würde gerne am gewinnspiel teilnehmen ich sage das gewinnspiel geht genau zwei wochen lang nachdem das video online kam ich denke ich schaffe es dass es morgen kommt außer youtube spackt wieder rum und hat irgendwelche verarbeitungsprobleme und jo dann würde ich sagen danke fürs einschalten an alle meine abonnenten dass ihr immer treu zuguckt das ist cool für alle die neu dabei sind könnt ihr gerne mich abonnieren oder dem video einen daumen nach oben geben generell wenn ihr gewinnen wollt könnt ihr auch gerne einen daumen nach oben geben und mich abonnieren ist mir aber eigentlich auch relativ egal ich will das zeug nur loswerden weil bei mir gammelt es in der kiste und im inventar und das will ich nicht also würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video und bis zum nächsten mal tschüss ja